Fußball Rechtsverteidiger Azotohida vom Berliner Fußball-Zweitligisten 1. FC Union steht Trainer Jens Keller bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Der japanische Neuzugang zog sich im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt vorerst aus. Das teilte der Tabellenvierte am Dienstag mit. Der 29-Jährige war im Sommer vom FC Schalken 04 gekommen.